Wie viel Substanz hatte die Gegenbewegung der letzten Tage? Wir haben jetzt die Antwort. Der amerikanische Aktienmarkt steht nach den Wirtschaftsdaten und aufgrund der seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse erneut stärker unter Abgabedruck. Die Aktien von Meta verlieren zum Handelsstart über 200 Milliarden Dollar an Börsenwert. Kommt einem bekannt vor, Nvidia hatte auch nach den Zahlen über 200 Milliarden an Börsenwert verloren. Diese beiden Aktien, die Big Tech-Werte, waren die Lieblinge der Wall Street. Es geht also hier bergab. Und jetzt wird sicherlich viel Zurückhaltung herrschen vor den Zahlen heute Abend. Microsoft, Intel und Google werden Ergebnisse melden. Hier wird man also erst mal am Ufer bleiben, um die Zahlen abzuwarten. Und ich glaube, ein Punkt ist wichtig. Es ist nicht unbedingt so, dass die Zahlen von Meta schlecht sind. Die Tatsache ist nur, dass, weil es so ein Lieblingswert war, war die Messlatte ausgesprochen hoch. Und da kann Meta also nicht alle Erwartungen erfüllen. Diese massive Rallye, die wir schon im letzten Jahr hatten, hier geht also dem Wert jetzt doch ein bisschen die Puste aus. Bleiben wir direkt bei Meta und schauen uns die Zahlen mal im Detail an. Bei Meta also im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis, das über den Erwartungen des Marktes lag. 4,71 Dollar, 4,30 Dollar wurden geschätzt. Das entspricht immerhin einem Ertragswachstum von über 110 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. So, jetzt kommen wir aber mal zur Schattenseite, was den Wert einbremst. Zum einen vor allen Dingen die Investitionen. Die Investitionen in Kapazitäten, also CapEx-Investitionen, das wird vor allen Dingen Investitionen sein in den Bereich der künstlichen Intelligenz, in die Infrastruktur. 35 bis 40 Milliarden Dollar für das Gesamtjahr. Für CapEx-Investitionen 30 bis 37 Milliarden wurden bisher angepeilt. Das ist also mehr als erwartet und insgesamt, wenn man die Betriebskosten anschaut im Gesamtjahr, 96 bis 99 Milliarden, 94 bis 99 wurden bisher angepeilt. Und hier macht Meta klar, dass es sich um langfristige Investitionen handelt, um die Dominanz im Bereich der künstlichen Intelligenz mit zu sichern. Langfristig also der sicher richtige Weg, aber wir haben jetzt erste Stimmen. Ist der Ertrag, wird der Ertrag im kommenden Jahr die Erwartungen wirklich einhalten können? Bei der UBS, die die Aktie mit einem Kursziel von 575 weiterhin zum Kauf empfiehlt, betont, einige Investoren an der Wall Street befürchten, dass der Ertrag pro Aktie von 25 Dollar, der für das nächste Jahr angepeilt wird, dass die Schätzungen zu hoch sein könnten. Und nur bei 20 Dollar liegen werden also 20 Prozent unter den Erwartungen der Wall Street. Gleichzeitig für das zweite Quartal peilt Meta einen Umsatz von 36,5 bis 39 Milliarden an. Der Mittelwert liegt ebenfalls unter den Schätzungen, die bei über 38 Milliarden Dollar liegen. Also das Ergebnis im letzten Quartal war eigentlich gut. Die Aussichten sind jetzt nicht wirklich schlecht, aber die Investitionen sind definitiv mal höher, als man dachte. Die Bank of America bleibt trotzdem bei der Kaufempfehlung. Raymond James ebenfalls aggressiv kaufen mit einem Kursziel von 525 Dollar. Die UBS hat ein Ziel von 575 Dollar. Die Citigroup ein Kursziel von 550 Dollar. Alle bleiben bei der Kaufempfehlung, aber der Wert trotzdem unter Druck. Ich bleibe mal im Hightech-Universum. Hier hat auch IBM Zahlen gemeldet. Und der große Unterschied ist, dass bei IBM tatsächlich Enttäuschung vorhanden ist. Der Umsatz lag letztendlich ein bisschen unter den Erwartungen. Das Beratungsgeschäft enttäuscht. Die Aussichten für das Gesamtjahr werden bestätigt. Auf der Umsatzseite beim Cashflow auch. Die Margen waren besser als erwartet. Das letzte Quartal auf der Ertragsseite hat die Ziele eigentlich geschlagen. Aber es gibt einen Haken. Wenn es dann vor allen Dingen an den Steuersätzen liegt, die gut gemanagt wurden, ist die Qualität des Earnings Beats nicht die beste. Die Steuersätze bei IBM im letzten Quartal 5,6 Prozent. 14 Prozent hatte man erwartet. ServiceNow, großer Konzern natürlich auch. Dauwert auf der Verliererseite. Der Ertrag pro Aktie war höher als erwartet. Aber die Aussichten teils sehr unanheitlich. Die Margen werden hier leicht enttäuscht im angebrochenen Quartal die wiederkehrenden Umsätze. Das Wachstum hier wird auch die Erwartungen leicht verfehlen. STM Micro, die Umsätze unter den Erwartungen, die Aussichten für das Gesamtjahr außerdem enttäuschend. Tja, also jetzt wird man, wie gesagt, ein bisschen zittern vor den vielen Zahlen heute Abend. Google, Microsoft vor allen Dingen hier mit im Fokus. So, kommen wir mal zu den Sektoren außerhalb der Tech-Bereiche. Und hier haben wir einen großen Bremsklotz, die Aktien von Caterpillar. Hier sehen wir, dass die Umsätze erheblich enttäuschen. 15,8 Milliarden, 300 Millionen unter den Erwartungen. Der Auftragsbestand auch unter den Erwartungen. Ein Minus von zweieinhalb Milliarden. Und man glaubt, dass in diesem Quartal die Umsätze unter Vorjahresniveau liegen werden. Die Wall Street hatte mit fast ein Prozent Wachstum gerechnet. Bei Honeywell sieht es besser aus. Auch großer Konzern im Dow Jones. Die Umsätze hier, der Ertrag höher als erwartet und der Auftragsbestand auch höher als erwartet. Die Aktie also kann sich bisher ganz gut halten. Chipotle, das ist eigentlich so der Star. Chipotle liefert immer, so hat man das Gefühl. Auch im letzten Quartal der Ertrag höher, die Margen höher, die Umsätze höher, die Umsätze bei länger geöffneten Restaurants höher, die Aussichten angehoben. Und ein großer Aktiensplit steht bevor, also das Unternehmen kann sich hier sehr gut schlagen. So, jetzt werde ich nicht jede Quartalszahl durchkaspern, weil wir sonst zwei Stunden Sendung haben. Bei Ford waren die Erwartungen höher als erwartet. Die Aussichten wurden leicht angehoben. Waste Management, auch der Ertrag höher als erwartet. Aber die Umsatzaussichten werden nach unten revidiert. Bei Whirlpool, der Ertrag höher als erwartet. Aber die Aussichten für das Gesamtjahr werden trotzdem nur beibehalten. Das sehen wir übrigens oft bei dieser Berichtssaison. Das letzte Quartal eigentlich ganz gut, aber Aussichten trotzdem nur beibehalten. Sehr konservativ also die Unternehmen, die hier vor allen Dingen versuchen, durch Margen die stagnierenden Umsätze aufzuholen. So, jetzt kommen wir zum Schluss nochmal zu den Wirtschaftsdaten. Die haben heute nicht geholfen. Die amerikanische Konjunktur wächst real also nur um 1,6 Prozent im abgelaufenen ersten Quartal. Die Wall Street hatte mit annualisiert 2,4 Prozent gerechnet. Das ist enttäuschend. Und vor allen Dingen auch deshalb, weil der PCE-Price-Deflator, ein wichtiger Inflationsindikator, in dem Quartal leicht über den Erwartungen lag. Also keine gute Kombination. Weniger Wachstum als erwartet, bei gleichzeitig mehr Preisdruck. Morgen wird wichtig sein. Morgen vor der Wall Street wird der PCE für den März gemeldet. Wichtiger Inflationsindikator. Und die Wall Street ging eigentlich davon aus, dass wir hier Daten bekommen, die zumindest mal im Rahmen vielleicht sogar ein bisschen unter den Zielen liegen werden. Der Spannungsbogen ist jetzt ordentlich gestrafft. Nach den Zahlen heute dürfte also Zurückhaltung dominieren. Ja, man merkt, die Mentalität der Investoren hat sich gedreht. Der Dip, buy the Dip, ja, das war einmal. Wir sehen jetzt eher Skepsis. Rallys werden oft verkauft. Ist auch nicht ungewöhnlich. Letztendlich nach der gewaltigen Rallye, die wir seit Oktober gesehen haben. Die ersten beiden Maiwochen sind historisch betrachtet eher auch noch etwas schwächer. Also wenn die Volatilität bleibt, vielleicht auch ein bisschen Gegenwind, sollte das nicht wirklich überraschen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.